Hallo Herr Nöten, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für Im Gespräch von Fashion Meets Media. Herr Nöten, Ihr nächstes Projekt im Fernsehen ist die Folge Amnesie aus der Reihe neben der Spur. Was erwartet den Zuschauer in dieser Folge? Also, wir haben es zu tun mit einer Reihe, da spiele ich einen Psychiater und arbeite zusammen mit einem Polizisten. Das Ganze basiert auf den Thrillern von Michael Robottom. Das ist eigentlich in England angesiedelt und das wurde für Hamburg eben adaptiert. Und wir versuchen nun diese Romane, die Robottom geschrieben hat, jedes Mal in eine Form zu bringen, sodass das ZDF damit im Rahmen einer Reihe auch zufrieden sein kann und dass wir auch zufrieden sind. Das ist ein bisschen schwierig, es sind sehr komplexe Fälle, man muss ja immer sehr viel streichen und so. Was erwartet uns in der zweiten Folge? Vincent Ruiz, der Polizist, wacht irgendwann auf und hat, wie der Titel des Filmes schon sagt, eine Amnesie. Er weiß nicht, was passiert ist und es ist offensichtlich was Schlimmes passiert. Und er versucht eben dahinter zu kommen, was passiert ist. Es geht um einen Fall, den er schon längst ad acta gelegt hatte, um ein entführtes Kind. Und man versucht jetzt eben zu entschlüsseln, was der Reihe nach passiert ist. Und das Ganze führt dann zu einem glücklichen Ende. Sie spielen darin den Hamburger Psychiater Dr. Johannes Joe Jessen. Was reizt Sie besonders an dieser Rolle? Also was mich gereizt hat, als ich das angenommen habe, waren einfach die Vorlagen. Die Vorlagen von Michael Robotham. Das sind zwar nach einem einheitlichen Strickmuster gefertigte Krimis, so man merkt, es läuft immer ähnlich ab, aber er schaut halt genau hin und ihn interessieren die Abgründe. Er schaut hin, warum wird jemand zum Opfer, was steckt eigentlich dahinter. Und das eben sehr vielschichtig und so allmählich werden die Sachen einfach immer aufgedeckt. Und er nimmt sich dafür auch sehr viel Zeit. Naturgemäß hat man dann, wenn man das Ganze als Drehbuch plötzlich in der Hand hat, in einem 90-Minüter, hat man oft das Gefühl, dass hier viel von dem, was eigentlich im Buch drin steht, fehlt. Aber das ist auch wieder das Schöne bei den Dreharbeiten, kann man mit dem Drehbuch in der Hand und der Romanvorlage, kann man dann sagen, schau mal, in diesem Dialog ist es so und so geführt. Und aus bestimmten Gründen hat der Autor das so geschrieben. Und lass uns doch versuchen, das nochmal umzustellen oder lass uns nochmal so Schlüsselsätze nochmal reinbringen. Und das ist an der Arbeit sehr schön. Konnten Sie die Folge bereits sehen? Und was sagen Sie zum Ergebnis? Ich vertraue da den beiden Regisseuren, die die beiden ersten Folgen gemacht haben. Den ersten habe ich gesehen natürlich, den zweiten habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Das ist sehr opulent. Die haben in einer Drehzeit, die vielleicht etwas über dem normalen Maß liegt, haben die, weil sie auch zu zweit waren, eine Fülle von Material erstellt. Sie konnten sich teilweise trennen, haben Split-Teams gemacht, sodass gleichzeitig an zwei verschiedenen Stellen mit unterschiedlichem Personal gedreht werden konnte. Und talentierte Jungs, ganz toll. Und es sieht sehr gut aus. Sie waren ja bisher sowohl im Theater als auch im Film beschäftigt. Wo fühlen Sie sich denn am meisten zu Hause? Kann ich so nicht sagen. Also ich habe jahrelang eben Theater gemacht und dann irgendwann habe ich angefangen mit dem Drehen. Und Drehen ist anders. Drehen ist mehr so im Moment. Das hat auch ein bisschen mit der Fähigkeit zu tun, die Dinge dann aus dem Ärmel zu schütteln. Wir haben keine langen Probenzeiten. Dafür habe ich natürlich, wenn ich auf der Bühne stehe, nochmal einen anderen Kontakt zum Publikum. Ich habe einen anderen Spannungsbogen, es sind andere Fähigkeiten nochmal gefragt. Und gut, in den letzten Jahren habe ich hauptsächlich gedreht. Das Theater habe ich etwas hintangestellt. Ich kann nicht sagen, was jetzt schöner wäre. Es gibt den französischen, den skandinavischen, den amerikanischen Film. Was macht aus Ihrer Sicht den deutschen Film aus? Ich finde, es ist stark abhängig, wo man diesen Film, in welchem Rahmen der produziert wird. Wenn wir von Fernsehfilmen sprechen, von Fernsehkrimis, dann gibt es natürlich, wahrscheinlich gibt es Wiedererkennungswerte. Wenn man jemandem das vorsetzen würde, eine Reihe von Filmen würde sagen, so jetzt mach mal hier in verschiedene Schubladen, steck die mal rein, wo gehört das so ungefähr hin. Könnte sein, dass der dann, ohne die Leute zu kennen und einfach so, dass der dann irgendwann sagt, ah, würde ich jetzt wahrscheinlich eher deutschen Machern zuordnen als Amerikanern oder Skandinaviern. Ich kann es nicht sagen. Also, vielleicht könnte man sagen, dass der deutsche Film immer darum bemüht ist, zu erklären. Es ist, wir berufen uns immer auf eine gedanklich tiefere Durchdringung der Dinge, was natürlich völliger Humbug ist. Der deutsche Film krankt manchmal daran, dass zu viel erklärt wird für den Zuschauer. Aber man kann kein Pauschalurteil abgeben. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Man liest zu viel über eine Krise im deutschen Film. Empfinden Sie das auch so? Wenn wir über den Film sprechen, dann scheinen wir immer über inhaltliche Dinge zu sprechen. Für meine Begriffe, wenn es eine Krise gibt, dann müsste man über die Produktionsbedingungen sprechen. Über die Produktionsbedingungen, wer den Film in Auftrag gibt, wer eigentlich alles mitredet, was die Kreativen zu sagen haben, was redaktionelle Entscheidungen sind. Das ist so komplex, dass es auch nach vielen Jahren für mich nicht durchschaubar ist. Und wenn ich was sage, dann würde ich mich auch auf irgendwelche Schlagworte wieder zurückziehen. Und da habe ich eigentlich keine Lust dazu. Was wäre denn eine wünschenswerte Veränderung? Wenn ich zum Beispiel an einen deutschen Fernsehfilm denke, dann hat man auf den Eindruck, und ich weiß nicht, ob das stimmt, dann hat man eben auf den Eindruck, dass die Kreativen in ihrer Entscheidungsmöglichkeit eigentlich relativ zurückgedrängt sind und dass viele Entscheidungen redaktionell gefällt werden. Beim Kinofilm wird sich dann auch eingemischt von Seiten des Verleihs und von Seiten der Produzenten. Also es sind so viele unterschiedliche Interessen immer an der Genese eines Films beteiligt, dass es sehr schwer ist. Man würde sich vielleicht manchmal wünschen, dass man ein Team hat, wo sagt, ich habe folgende Idee und ich möchte es so und so umsetzen. Und dass jemand dann einfach auch das Vertrauen bekommt und sagt, okay, du machst zu diesem Thema, du machst diesen Film. Der Sender oder der Auftraggeber müsste sich darauf einlassen, dass er ein gewisses Risiko trägt. Das Ganze kann auch in die Hose gehen. Aber es wären zumindest die Redakteure, die eben ganz bestimmte Vorstellungen davon haben, wie ein Film auszusehen hat, damit er in das entsprechende Programm und Sendeschema reinpasst, die wären wieder etwas zurückgenommen. Und der Freiraum für die Kreativen, eine Idee umzusetzen, wäre wieder größer. Und das wäre natürlich sehr, sehr schön. Wo sehen Sie das Fernsehen, den deutschen Film, in zehn Jahren? Im Moment sieht es so aus, als ob das berühmte horizontale Erzählen sich etwas durchsetzen könnte. Im Moment sind natürlich die Streaming-Dienste sehr vorne. Sie kennen das, ich kenne das auch, dass man dann sagt, oh, das schaue ich mir jetzt aber mal über ein paar Abende an. Die Schwierigkeit der Fernsehsender ist eben, dass sich die Zuschauergewohnheiten ändern und dass der Zuschauer sagen will, ich möchte dann, wenn ich Lust habe, wenn ich Zeit habe, das und das gezielt aussuchen können. Das geht zum Teil eben bei den Öffentlich-Rechtlichen auch schon über irgendwelche Medienboxen, wo man diese Hand dann nochmal abrufen kann. Trotzdem hat man ein bisschen so den Eindruck in Zeiten des Internet, dass Zuschauerschichten bei den Öffentlich-Rechtlichen das vor allem die Älteren sind, die das so sich anschauen und die Jüngeren gehen eben mehr über den Computer und schauen sich die Sachen an. Wie das in zehn Jahren aussehen wird, ich weiß nicht. Wenn Sie sich eine Rolle wünschen könnten, was für ein Charakter, was für eine Person wäre das? Und in was für einem Film würde diese verankert sein? Ich mag es sehr gern, dass die Dinge auf mich zukommen, die Angebote auf mich zukommen. Es gibt ja dieses so, der Theaterschauspieler sagt sich dann, der männliche jedenfalls, vielleicht auch der weibliche inzwischen, ich weiß es nicht, er sagt, wenn ich älter bin, irgendwann dann den Lear. Das ist so von gestern, das interessiert auch keinen mehr. Es gibt keine Rolle, von der ich sage, das muss ich unbedingt noch spielen. Ich bin unglaublich glücklich, wenn tolle Angebote auf mich zukommen. Und wenn ich gefragt werde, dann kann ich immer sagen, ja, probiere ich gerne aus. Und finde toll, dass ihr mir das Vertrauen entgegenbringt. Ob ich das kann, weiß ich nicht. Das ist für mich eine sehr angenehme Position, weil ich dann noch überraschen kann. Wenn ich sage, diese Figur, die ich mir so ausgedacht habe, das möchte ich bitte unbedingt so spielen, dann setze ich mich selbst unter den Druck, wo ich sage, jetzt muss ich auch zeigen, dass es gerechtfertigt ist, dass ich damit besetzt will. Und da habe ich keine Lust. Also für mich beim Drehen, beim Arbeiten ein wesentlicher Teil ist, dass ich aus einer spielerischen Entspanntheit an die Sachen rangehen kann und nicht, dass ich unter Druck irgendwas zustande bringen muss. Es ist so ähnlich, wie man sagt in der Küche, sag mal, du hast doch neulich diese tolle Lied aufgesungen oder du hast doch diese interessante Sprache oder diesen Dialekt gemacht. Sag doch mal was auf Dänisch. Und wer macht es gerne, dass er auf Fingerschnipsen irgendwas vorführt? Ich freue mich sehr auf den Film, den ich im Frühjahr diesen Jahres gedreht habe für die ARD, für den SWR. Der General ist der Titel, ein Film über Fritz Bauer. Über Fritz Bauer sind jetzt schon verschiedene Filme gedreht worden. Das ist der vierte eigentlich, der sich mit dieser Figur beschäftigt. Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt nach dem Zweiten Weltkrieg, Generalstaatsanwalt in Frankfurt, der dafür gesorgt hat, dass die Auschwitz-Prozesse stattgefunden haben, der mitgeholfen hat, Eichmann in Argentinien aufzuspüren, der sich auch mit Adenauer und seinem Kanzleramtsminister Glopke angelegt hat, weil der eben auch eine Nazi-Vergangenheit hatte. Einer, der von sich selbst gesagt hat, wenn ich mein Amtszimmer verlasse, begebe ich mich in Feindesland. Der also innerhalb seiner eigenen Behörde sehr angegriffen war, weil es nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch in der Justiz sehr, sehr viele Juristen gab, die entnazifiziert wurden, weil man ein Interesse daran hatte, dass einfach die Dinge geregelt weitergehen. Und die Amerikaner, die dafür zuständig gewesen wären, waren zu dem Zeitpunkt sehr viel mehr auf den Ost-West-Konflikt fixiert, als auf eine wirkliche bereinigende Entnazifizierung. Das heißt, da waren sehr, sehr viele schlimme Juristen dabei. Und deswegen hatte Fritz Bauer da eben mit großen Widerständen zu kämpfen. Für mich eines der Highlights, so eine Rolle spielen zu dürfen, für mich ein leuchtendes Vorbild, der viel zu wenig bekannt ist. Also da freue ich mich sehr drauf. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich hoffe, dass der was geworden ist. Davon gehe ich mal aus. Und dann habe ich in diesem Jahr auch noch einen anderen Film gedreht. Also es war so gesehen ein wunderbares Jahr. Die Rechte an dem Tagebuch der Anne Frank, die bei der Anne Frank Stiftung liegen, die laufen aus. Das heißt, in Zukunft kann jeder, der möchte, mit diesem Material machen, was er will. Und die Anne Frank Stiftung wollte, dass nochmal ein Kinofilm gedreht wird, wo sie selber mit dem wissenschaftlichen Know-how und so weiter nochmal einen Draufblick haben und sagen können, ja, damit können wir gut leben. Und das ist eben nicht Anne Frank nur so. Es ist ja als Label geradezu schon auch vermarktet worden oder wird eben wahrscheinlich dann noch mehr vermarktet. Wir haben diesen Film, Tagebuch der Anne Frank, gedreht. Das ist die Geschichte eines normalen Mädchens. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Es ist ein Mädchen mit den ganz normalen Problemen, Sehnsüchten, Wünschen, Träumen, das eben gezwungen ist, jetzt auf engstem Raum mit der Familie und anderen Leuten zusammenzuleben und ihrem Tagebuch mitteilt, was sie bewegt. Da sind im Tagebuch, wenn man das liest, sind natürlich auch Längen drin. Aber wir haben es mit jemandem zu tun, wo man sagen kann, wow, wenn die so weitermacht, dann wird es mal eine richtige Schriftstellerin oder eine sehr gute Journalistin. Und daraus einen Film zu machen, der eben nicht nur die ganze Zeit das Bedrückende zeigt und das Opfer, sondern ein junges Mädchen, das etwas wünscht und möchte, das ist, auch den Film habe ich jetzt vor kurzem über einen Link, wurde mir der gestreamt. Der Verleih ist da sehr, sehr defensiv, möchte da vorher nichts rausgeben. und ich bin sehr glücklich mit dem, was ich gesehen habe und da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank für das Gespräch.